Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema, wie werde ich vom Vorgesetzten zu einer Führungspersönlichkeit? Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Andreas Berwing, langjähriger Trainer, Coach und Inhaber vom Business Training Hannover. Hallo Herr Berwing, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Frau Schneider, vielen Dank. Sie sind ja bekannt als Experte für gehirngerechtes Führungskräftetraining und Coaching. Was ist denn das Besondere an Ihrer Arbeit? Ja, das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich wirklich Vorgesetzte zu Führungspersönlichkeiten entwickle, denn meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, wie werden eigentlich Mitarbeiter zu Vorgesetzten? Und die Erfahrung zeigt, meistens aufgrund ihrer fachlichen Komponente, fachlich unheimlich gut und dann werden sie vorgesetzt, dann dreht sich die Welt um 180 Grad und dann heißt es auf einmal Mitarbeitergespräche führen, Ziele vereinbaren, Kritikgespräche führen, Veränderung erfolgreich umsetzen und vieles mehr. Aber wie spiele ich auf diesem Klavier? Keine Ahnung. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich gebe den Teilnehmern einen Werkzeugkasten, Methoden, Denkanstöße mit an die Hand, um ihnen das Leben als Vorgesetzte zunächst einmal leichter, einfacher und sicherer zu machen, um sie zu Führungspersönlichkeiten dann zu entwickeln. Welche typischen Fehler machen den Kunden bei der Auswahl oder Beauftragung eines Trainer und Coach? Meine Erfahrung sehe ich immer wieder, dass viele meistens so Einmalveranstaltungen wie zum Beispiel Zeitmanagement suchen und gar nicht den Zusammenhang erkennen. Sie erkennen den Zusammenhang nicht, dass da noch andere Themen wie Motivation, wie Kommunikation, wie Teamentwicklung, wie Veränderungen, dass das natürlich auch einhergeht. Und deswegen macht auch aus meiner Sicht auch eine Einmalveranstaltung keinen Sinn. Ich habe selbst, verfüge über 18 Jahre Führungskrafterfahrung, bin jetzt seit über 10 Jahren selbstständiger Trainer. Ich komme aus der Praxis und habe gelerntes Wissen aus der Praxis für die Praxis und gebe das Wissen natürlich an meine Trainingskollegen weiter und Teilnehmer. Was gibt es denn dann für die Kunden besonders zu beachten, damit er für sich oder auch für sein Unternehmen die exakte und richtige Entscheidung bei der Auswahl eines Trainers oder Coaches eben auch für seine Situation überhaupt treffen kann? Ja, viele kaufen über Webseiten den Trainer ein. Vielleicht ist er auch günstig. Sie haben ihn gesehen und sie kaufen die Katze im Sack. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir kaufen die Teilnehmer nicht die Katze im Sack, denn ich biete im Vorfeld ein dreistündiges Probetraining an, einen sogenannten Impuls-Workshop, damit die Geschäftsführer, die Führungskräfte mich im Vorfeld kennenlernen und erst danach entscheiden, passt der Trainer, passen die Konzepte zu mir oder nicht. Das kann entweder im Haus stattfinden oder seit neuestem natürlich auch alles online ohne Ansteckungsgefahr. Herr Berbing, Sie sind ja ein bekannter Experte auf Ihrem Gebiet. Wie Sie uns schon erzählt haben, 30 Jahre Praxiserfahrung, 10 Jahre Trainer und Coach. Sie kennen die Branche. Also Hand aufs Herz. Was wird denn in Ihrer Branche gerne auch von Mitbewerbern verschwiegen? Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, es gibt leider viele Schönredner, die alle sagen, was sie alle schon Schönes erlebt haben, aber selbst nie als Führungskraft in Unternehmen tätig gewesen sind. Das heißt, aus der Praxis gar nicht wissen, was dort funktioniert und was nicht funktioniert. Da habe ich sicherlich einen gewissen Vorsprung. Ich war selbst 18 Jahre Führungskraft gewesen in weltweit agierenden Unternehmen. Ich habe viele, viele Management-Seminare teilgenommen, ob es in Osaka war, ob es in London war, ob es in Paris war, in Barcelona und natürlich viele in Deutschland. Das heißt, ich habe mich sehr oft in meiner Zeit, als ich Führungskraft war, weitergebildet. Ich habe viele Technik mitbekommen und habe darüber hinaus ja auch noch mich als Trainer dann ausbilden lassen. Und jetzt über zehn Jahre verfüge ich über diese Expertise, sodass ich sicherlich nicht der Schönredner bin, sondern ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt ist die Situation ja so, wenn man den Markt beobachtet, dort tummelt sich eine ganze Menge an Führungskräfte, Trainern und Coaches. Aber worin genau unterscheidet jetzt Ihr Angebot sich denen von Ihren Mitbewerbern? Ja. Ja, ich habe ein Trainingsprogramm. Bei mir ist es also keine Einmalveranstaltung. Ich habe über ein ganzes Jahr das Ganze zu begleiten oder ich begleite das Ganze ein ganzes Jahr. Es sind kleine Einheiten. Das heißt, es ist ein halber Tag pro Monat. Der Trainingstag ist gleichzeitig Arbeitstag und damit läuft das Tagesgeschäft weiter. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Es wird intelligent wiederholt zehn Trainingseinheiten und zwei individuelle Lernimpulse, wo ich in die Unternehmen fahre, um einfach zu schauen, was hat schon gut funktioniert und wo gibt es vielleicht noch Handlungsbedarf. Ich zeige Ihnen, wie Sie erlerntes Wissen an Ihre Mitarbeiter weitergeben. Ich stehe Ihnen in der ganzen Zeit als Unterstützer, als Begleiter, als Coach zur Verfügung, sodass Sie auch den Support für mich in Anspruch nehmen können. Und das Schöne ist, es sind keine Reisekosten oder Hotelkosten in Anspruch zu nehmen, weil ein halber Tag ist unheimlich gut und das Ganze natürlich jetzt auch online und digital möglich. Herr Berbing, Sie hören doch von Ihren Kunden bestimmt auch immer mal wieder Argumente, die gegen Sie sprechen. Was sind es dann für welche und vor allen Dingen, wie gehen Sie damit um? Ja, ich höre immer wieder, ach, das ist ja zu teuer, das brauchen wir nicht, das bringt ja so und so nichts. Was wollen Sie mir noch beibringen? 85% von Mitarbeitern, die heute in Unternehmen kündigen, kündigen nicht wegen dem Unternehmen, sondern meistens wegen der Führungskraft. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch dort einfach sich mal reflektiert und einfach weiß, was kann ich vielleicht für Tools noch anwenden. Denn was ich immer wieder feststelle ist, viele kennen es zwar, aber sie wenden es nicht an. Und darum verfolge ich zwei Lerngrundsätze, die ich habe. Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Und der zweite Lerngrundsatz, manchmal muss man sich nicht nur weiterbilden, sondern muss sich auch an die Dinge erinnern, die man vielleicht in der Vergangenheit gelernt hat. Und man muss sie konkret anwenden und umsetzen. Und genau da setze ich meinen Hebel an. Und damit wird auch ein mehrfacher Return on Investment von mir begleitet. Und das ist auch das, was mir viele, viele Kunden berichten. Geringere Fluktuation ist nachher gegeben. Der Krankenstand wird reduziert. Die Leistungsbereitschaft, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Produktivität im Unternehmen wird durch gezielte Motivation besser hervorgebracht. Die Kommunikation im Unternehmen wird auf einmal verbessert. Sie führen bessere Kritikgespräche, weil sie von mir auch eine Methode mit an die Hand bekommen, wie sie das einfacher und besser machen können. Die Kundenzufriedenheit wird dramatisch erhöht, weil wir da uns weiter unterhalten. Und ich zeige ihnen, wie sie ein wirklich gutes, professionelles Team aufbauen. Also ein richtig großer Werkzeugkasten verschiedener Techniken. Und deswegen ist das nie zu teuer. Und man sollte immer wieder einsteigen. Es gibt keine Zeit, es nicht zu tun. Können Sie für unsere Zuschauer nochmal die drei wichtigsten Aspekte nennen, wenn es um die Beauftragung eines Führungskräftetrainers geht? Ja. Erstens, kein Einzeltraining, weil aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, auch als ich selbst in Unternehmen war, bringt das überhaupt nichts, weil man kommt dann wieder und dann kommt man schnell wieder in den Alltag. Man ist wieder schnell in Meetings dabei, bringt nichts. Man braucht ein nachhaltiges Trainingsprogramm. Zweitens, es muss ein kostenfreies Probetraining geben, dass man einfach den Trainer mal kennenlernt, die Methoden kennenlernt. Ja, und mein bestes Element ist noch ein Rhetoriktraining. Zwei Tage vor Menschen sprechen zu können. Ich zeige ihnen, wie man die Körpersprache ganz anders einsetzt, wie man lebendig mit anderen Menschen spricht und wie man eine Stehgreifrede hält. Und das ist einfach phänomenal. Deswegen sind das für mich die drei Gründe, die einfach dafür sprechen, mich als Person und mein Konzept einfach einfach kennenzulernen. Wenn unsere Zuschauer sich jetzt weitergehend zu diesem Thema informieren möchten, wohin können sie sich wenden. Sehr gerne natürlich unter www.businesstraining-hannover.de. Sie können mir eine Mail schicken unter berwink-businesstraining-hannover.de oder ganz einfach hier unter diesem Video einen kostenfreien Termin aussuchen und wir telefonieren dann einfach mal und dann gucken wir mal, was ich für Sie tun kann. Ich glaube, das ist die einfachste Form. Herr Berbing, ich bedanke mich sehr für dieses sehr interessante Gespräch und bei Ihnen, liebe Zuschauer, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.